Applaus 980s Leider war auf jeden Fall so gut, unter 88 Kilogramm bleiben, nochmals aufgehalten. Was für eine Geschichte! Was für eine Geschichte! 288 Kilogramm bin ich! Dann hätten sie 222 Kilogramm im Zweigkampf und das ist die Olympia! Papier auf! Noch hat sie nicht geflatzt, noch hat sie im Blick 1 oder 12 Kilogramm zu große Probleme, aber einige Versuche hat sie noch! Sie beschwört die Hand! Und jetzt sollte ich hier noch mal laut werden! Feuern vis-a-vis Kustara! Drücker Versuch! 110 Kilogramm! 10 Kilogramm, 10 Kilogramm! Alle! Alle! Nicht stoppen! Und zwar hat sich die Partie gegen die Erdanschoppe holt sich den Monat der Führung, holt sich die 2x2.2 an und packt sie! Die so wichtige Olympia! Ja, herzlichen Glückwunsch für dich dann! Wir werden passen jetzt an 114 Kilogramm! Jetzt bitte die Handel geladen mit 113 Kilogramm! Denn es geht weiter in unserem Wettkampf! 113 Kilogramm für den Wettkampf!